Zurück zu Butters. Mit Butters spielen wir wieder eine Runde. Und danach können wir sich eigentlich eh bald da mal die Pizza kaufen. Jetzt nochmal bei Level 17, da habe ich leider nur zwei Sterne geholt, weil ich wieder den Lolli nicht gefunden habe. Naja, gefunden habe ich ihn schon. Gefunden habe ich ihn sogar sehr, sehr schnell. Nur ich habe nicht gewusst, wie ich zu dem Lolli hinkomme. Weil der Lolli ist hier auf dem Tisch. Und jetzt habe ich mich gefragt, na wie komme ich denn dann da hin? Jetzt muss ich mal ausprobieren. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, die Technik könnte hier genauso funktionieren. Schau mal. Ne, funktioniert nicht. Okay. Es funktioniert nicht so. Wenn es nicht so funktioniert, wie kriege ich dann den Lolli? Wie kriege ich dann bitte den Lolli? Ich kann es mal auf den... Ne, es bringt ja nichts. Wie bitte bekomme ich dann den Lolli? Ich habe gedacht, ich kann da auch so drüber springen, aber anscheinend nicht. Hm. Muss ich da erst auf den Stein und vom Stein da drauf? Probiere ich jetzt mal aus. Probiere ich jetzt einfach mal gnadenlos aus. Oh, okay. Ich kann auf den Stein drauf gehen. Das ist ja geil. Das ist geil. Das ist geil. Und von da aus kann ich vielleicht dann auf den Tisch. Jawohl, Lolli. Ist ja geil. Ist ja geil. Ist ja richtig, richtig, richtig geil. Okay, müssen wir da nur wieder zurück auf den Stein drauf. Na okay, man wird ja immer besser in dem Spiel. Man wird ja immer, immer besser. Habe ich meine Special-Attacke schon wieder? Ah, und drüber. Okay, geil. Jetzt schießt erst mal die Tennisballmaschine auf uns. Aber das ist eigentlich gar nicht so... Oh, der Ball ging sogar durch. Okay, jetzt müssen wir warten und dann schnell drüber. Okay, schnell, 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 schnell. Ah, hu. Okay, geil. Das ist jetzt nur die Käse raspen. Aber die machen irgendwie gar nichts. Und hier kann ich dann noch den Ball hier... Ich weiß das natürlich auch schon, weil ich das Level schon gespielt habe. Aber jetzt ist Badas der Fußballer und... Ha, ha, Tor! Badas, du bist der beste Fußballer mit deiner Wellenfrisur, ey. Du bist ja so geil, ey. Du bist ja richtig geil. Und jetzt können wir auch die... Also mal, waren es Erdbeeren, die wir befreien müssen? Oder Himbeeren? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder waren es die Weintrauben? Was anderes gibt es ja eh nicht außer die drei. Ah, die Weintrauben müssen wir wieder befreien. Okay, alles klar. Befreien wir die Weintrauben. Und einen Lolli haben wir jetzt auch erwischt. Richtig coole Sache. Nice, nice. Lolli gefunden, drei Sterne. Und dann sehen wir sich zu Level 18 wieder.